Ein Zimmer in der Wohnung. Das hintere Kabinett muss für immer frei bleiben. So eine Art fremden Zimmer. Da darf nix herumliegen. Kein Lurch, kein kaputter Staubsauger, keine ausgeratschten Schuhe. Es muss jederzeit beziehbar sein. Wie ein fremden Zimmer in einer Pension. Für den Fall, dass mein Kind wieder auftaucht.